Applaus 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 Amen. Amen. Przestrzegamy przed tragicznymi skutkami, do których prowadzą zjawiska takie jak rasizm, nietolerancja, kszenofobia, a także ideologia faszystowska. Ich przejawy dostrzegamy nadal we współczesnym świecie. Patrząc w przyszłość, dostrzegamy również terazniejszość. Sinti und Roma endlich genauso konsequent zu echten wie den Antisemitismus. Menschen- und Minderheitenrechte sind unteilbar. Sinti und Roma sind seit Jahrhunderten in den Ländern Europas beheimatet. Sie sind unauslöschlicher Bestandteil europäischer Identität. Wer dem mörderischen Antiziganismus nicht Einhalt gebietet und mit Passivität, Gleichgültigkeit und Halbherzigkeit begegnet, der stellt die eigene Glaubwürdigkeit infrage, sondern darüber hinaus verrät er all das, wofür Auschwitz und unsere gemeinsame Verpflichtung besteht. Lassen Sie mich zum Schluss, und das ist mir ein großes Anliegen, auch das nochmals betonen. Ich bin sehr gerührt und sehr froh, dass der Vorsitzende des polnischen Zentralrates der Juden heute hier ist. Mit unseren jüdischen Brüdern haben wir diese Geschichte an diesem Ort hier erlebt. Und unsere gemeinsame Solidarität ist eine Verpflichtung gerade von uns beiden Minderheiten, die wir über Jahrhunderte lang in Europa Ausgrenzung, Verfolgung bis zum Rassenmord hier an diesem Ort erlebt haben. Haben Sie vielen Dank. – Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oba nasze narody, żydowski i romski, są na ziemi polskiej przybyszami. Nasza historia nie zawsze była łatwa. Tam, gdzie pojawialiśmy się, spotykało nas nierzadko odrzucenie, spotykały nas prześladowania. – Zarówno Romowie, jak i Żydzi mówią w języku kraju, w którym mieszkają, a także w języku własnym, który bywał dla innych niezrozumiały. W przedwojennej, wielonarodowej Rzeczpospolitej stan taki oczywiście nie był rzadkością. Mówiliśmy różnymi językami, ale jednak bywaliśmy traktowani jako obcy. Naszym czasem próby ostatecznej był czas zagłady. Jak to my, Żydzi, mówimy szoa, Romowie mówią porajmus, pochłonięcie. Było to wspólne doświadczenie dla naszych narodów. Dzieliliśmy je nierzadko, razem ukrywając się przed Niemcami. Garść Żydów znalazła schronienie w romskich taborach. To żaden przypadek, że wielu badaczy zagłady, badaczy szoa, podejmuje również wątek zagłady Romów. Świat bywał nam obojętny, jeżeli nie wręcz wrogi. Nieliczni ratowali nam życie i będziemy o nich pamiętać. Nasza wdzięczność dla nich nie ustanie nigdy. Prześladowania Romów, podobnie zresztą jak i Żydów, rozpoczęły się jeszcze przed wojną. W 1936 roku w komentarzu do ustaw norymberskich stwierdza się, że obca krew w Europie to krew żydowska i cygańska. I Żydzi, i Romowie zostali skazani na eksterminację tylko z powodu narodów. Zum kolektiven Gedächtnis des deutschen Volkes, an die Schrecken des Nationalsozialismus, gehört auch die Erinnerung an den Völkermord, an den Sinti und Roma. Diese Erinnerung an die Opfer ist für das friedliche Miteinander der Zukunft bleibende Verpflichtung. Zur Geschichte des Holocaust gehört aber nicht allein die Vernichtung der Sinti und Roma, sondern auch der verzweifelte Mut, mit dem sie sich ihrer Liquidierung vor 65 Jahren widersetzten. Im Ergebnis, wie wir wissen, vergebens. Als ich als junger Mann erstmals ein Konzentrationslager besuchte, es war das KZ Dachau bei München, wurde mir schlagartig und schmerzlich bewusst, welch unsägliche Verbrechen im Namen Deutschlands begangen wurden. Nie wieder darf so etwas geschehen. All das, was an diesem Ort geschehen ist, darf niemals vergessen werden. Was sich hier vor 65 Jahren von Mai bis August 1944 abspielte, ist in der Weltöffentlichkeit viel zu wenig bekannt. Ich meine insbesondere den Aufstand der Sinti und Roma vom 16. Mai 1944. Zu diesem Zeitpunkt waren von den insgesamt 23.000 nach Auschwitz-Birkenau verschleppten Sinti und Roma nur noch etwa 6.000 am Leben. An diesem Tag versuchte die KZ-Kommandatur erstmals, das sogenannte Zigeunerlager zu liquidieren. Das hieß, alle Lagerinsassen in den Gaskammern zu ermorden. Das war die Musik des Zigeunerlager. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020